Jetzt! Aha! So Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute bin ich mal wieder unterwegs mit der MT und heute nicht alleine, sondern mit SimonCB, so heißt der auf Instagram oder so ähnlich, ich blende einfach jetzt irgendwo mal ein. Und ja, wir fahren hier mal wieder ein bisschen rum. Scheiße, warte, ach egal, ich passe noch hin. Danke. Wir sind hier gerade in Dülmen unterwegs. Ich denke, wir fahren jetzt ein bisschen Strecke, ein bisschen Landstraße. Oh, ist rot. Ampel fast übersehen. Ups. Ja, aber ich komme auch voll schnell dran. Boah, kann man die Ampel gerade schlecht sehen, ey. Geil. Wie der Auspuff knallt, ey. Haha, geil. Und ja, wir wollen jetzt zum Longinus Turm fahren, glaube ich. Ich folge ihm einfach mal. Dann hier rechts, ja genau. Oh geil, freie Bahn. Mach da echt Bock, Leute. Übrigens, Leute, es freut mich echt, dass mein neues Video so gut bei euch angekommen ist. Hat ja irgendwie nach 18 Stunden schon 3000 Aufrufe, ist einfach echt krass für mich. Ich würde gleich mal 0 auf 100 gegen seine Maschine machen. Der seine ist eine Vierzylinder. Also untenrum kommt die dann nicht ganz so gut wie meine. Nehme ich zumindest mal an. Das war der Kleider ohne Gas zu geben. Na, da willst du natürlich schön langsam fahren, ne. Ja. Weißt du, wie die von dir aus der Salomonu ist, um dir? Ja. Und wir hätten eigentlich eben auch schon rechts fahren können. Aber egal, wir können da vorne auch rechts fahren. Wir fahren nach vorne. Ja. Ja, ich würde einfach mal schauen. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. Oh, geil. Ja, ja. Was ist das denn? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir können jetzt gleich mal gucken welche besser ranstehen. Ja, will ich gern mal wissen. Hä? Will ich gern mal wissen. Muss mir nur ein Zeichen geben. Ja. Das war der erste Gang, yo. Ne, gleich, gleich, gleich. Oh, das könnte auch echt schwer werden. Weil die hört sich sehr aggressiv an. Seine Vierzylinder. Lass gleich ein bisschen außerhalb. Hä? Lass das mal außerhalb machen gleich. Ja, ist besser. Ja, hier in der Stadt. Felt so laut. Ja. Jetzt? Ja, hier in der Stadt. Hüu! Das war genau gleich. Es ist ja fast keiner hier. Habe ich Rucksack ja, weil irgendwie merkt man ihn gar nicht mit dem Protektor in Rucksack. Das ist wirklich komisch. Hat du vor? Der Vierzylinder soll vorfahren. Jo, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.